Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Kick-Off zur Analyse von Arminia Bielefeld. Wir haben diese Spielzeit schon viel über die Arminia gesprochen. Es gab von mir schon zwei Videos, wo ich die Trainersituation analysiert habe und an dessen Ende ist die Saison nun vorbei und man ist abgestiegen. Bielefeld wurde durchgereicht von der 1. Liga in die 3. Liga. Fabian Kloos hat ehrliche Worte gesprochen nach dem Relegationshinspiel gegen Wiesbaden. Die Mannschaft ist keine Mannschaft. Der Verein fällt gerade schon in seine Einzelteile und es ist ein Punkt erreicht, an dem man jetzt auf jeden Fall viel Gutes entscheiden muss. Problem bei der ganzen Geschichte, auch die Fans hat man verloren. Die 3. Liga ist natürlich nochmal ein ganz anderes Kaliber als Liga 2 oder Liga 1. Innerhalb von zwei Jahren ist man von ganz oben in Liga 3 abgestürzt und zudem hat man nichtmals einen Sportdirektor. In den nächsten Tagen muss auf jeden Fall zügig einiges passieren und dazu gehört logischerweise auch die Trainersituation. Und wir schauen heute mal auf fünf Trainer für Bielefelds Neuaufbau in der 3. Liga. Legen wir los mit einem Typen, über den auch in Bielefelder Fankreisen schon sehr viel diskutiert wurde und den glaube ich auch alle Bielefelder kennen. Carsten Rump, 42 Jahre alt, aktueller Trainer beim SV Rödinghausen in der Regionalliga West und vor allem ehemaliger Bielefelder. Er selber hat ja in seiner Spielerkarriere über die U17, über die Profimannschaft bis in die 2. Mannschaft von 1998 bis 2015 mit kurzer dreijähriger Unterbrechung beim VfB Lübeck nur für Arminia Bielefeld gespielt. Danach war er dann auch in verschiedenen Positionen nach seiner Karriere bei Bielefeld tätig, sowohl in der Jugend als auch Interimstrainer und Co-Trainer und danach ging es dann für ihn mit Jeff Saibene weiter zum FC Ingolstadt. Auch dort war er Co-Trainer und dann folgte am 33. 28. 2021, sprich vor zwei Jahren, der Sprung zum SV Rödinghausen, die erste Profi-Station. Und Rump ist auf jeden Fall einer, den sich schon viele Fans auch während der Saison immer mal wieder gewünscht haben. Er wurde ja auch vor Scherning und Koshinat so ein bisschen gehandelt und ist sicherlich einer, mit dem sich die Fans auf Anhieb total identifizieren würden. In Rödinghausen hat er auf jeden Fall bis hierhin gute Arbeit geleistet, hat noch einen Vertrag bis 2025. Die aktuelle Regionalliga-West-Saison hat man mit 58 Punkten auf Platz 4 beendet und damit sicherlich auch wirklich gut abgeschlossen. Und deswegen ist sicherlich auch für ihn die dritte Liga, rein trainertechnisch, eine interessante Option, ein guter Schritt. Und ich glaube schon, dass er Bock hätte, als Leitwolf sozusagen die Arminia wieder mit aufzubauen. Es gibt natürlich dann auch viele Fans, die so ein bisschen sagen, ja vielleicht braucht es aber auch einen externen Trainer, weil es ja schon mit Daniel Scherning als ehemaligen Bielefelder nicht funktioniert hat. Das muss man natürlich dann genau analysieren, was es jetzt wirklich für Bielefeld braucht. Deswegen habe ich auch ganz bewusst in diesem Video komplett verschiedene Optionen mitgebracht. Denn eins ist natürlich auch klar, der Kader ist teilweise komplett weg. Also realistisch Fabian Kloos und Arne Schulz, die vielleicht mitgehen und wenn es ganz gut läuft, noch ein Jomain Konsbruch. Der Rest soll und wird und muss sicherlich auch Platz machen. Und dann hat natürlich auch ein Trainer ordentlich was zu sagen. Carsten Rump als ehemaligen Bielefelder traue ich diese Challenge auf jeden Fall mal zu, zumindest diesen Totalabsturz zu stoppen. Und einem, denen das sicherlich auch zugetraut wird, ist Jens Hertel. Und ich würde ihn rein von seinem Profil direkt mal als Top-Lösung deklarieren. Denn er hat sowohl bei Hansa Rostock als auch beim 1. FC Magdeburg gezeigt, dass er bei Traditionsverein auch in unruhigen Zeiten funktionieren kann. Und was mir auch sehr, sehr gut bei ihm gefällt, ist, dass er sich als Trainer Schritt für Schritt entwickelt hat. Über den Berliner AK in Leipzigs U19 gelandet. Dann bei Magdeburg vier Jahre wirklich gute Arbeit geleistet. In Rostock fast auch vier Jahre tätig gewesen. Also da sehen wir schon, wir haben hier einen Trainer, der sehr viel Erfahrung hat, in eine Mannschaft Entwicklungsschritte wirklich einzuleiten. Der einfach auch funktioniert, wenn ein Verein sich mit ihm entwickelt. Und vor allem weiß er eben auch dadurch, was es braucht in Liga 3. Wenn man sich da mal zum Beispiel in Rostock umhört, hat man da immer noch sehr, sehr viel Anerkennung für den 53-Jährigen. Und er war ja, wie wir auch an seinen Stationen erkennen, bisher in seiner Karriere eigentlich nur in Ostdeutschland tätig. Auch als Spieler viel in Leipzig gewesen und Jum Berlin, Zwickau. Also das wäre dann schon ein Ausbrechen aus seiner Komfortzone, könnte man sagen. Aber er ist sicherlich einer, dem man diesem Neuaufbau zutrauen würde. Wie gesagt, in Rostock wirklich starke Arbeit geleistet vor einem Jahr. Die Rostock hat ja durchaus souverän in Liga 2 gehalten. Als er dann entlasten wurde, Anfang November, haben auch viele gesagt, ob das jetzt aber das Richtige ist für Rostock. Im Nachhinein kann man sicherlich sagen eher nein, weil sein Nachfolger Glöckner wurde ja auch nach einigen Wochen direkt wieder entlasten. Also wenn man eine Chance hat, Jens Hertel zu bekommen, dann sollte man das auf jeden Fall machen. Und über einen möchte ich hier auch nochmal ganz gerne diskutieren. Und zwar über den aktuellen Trainer Uwe Koschinat, 51 Jahre alt, aus Deutschland. Und ich habe ja auch hier über ihn schon gesprochen, bei 5 Trainer für Bielefeld, als es eben um die Scherning-Nachfolge ging. Und da habe ich gesagt, ich bin überzeugt davon, dass Uwe Koschinat Arminia Bielefeld retten kann. Am Ende hat er es nicht geschafft, das wissen wir. Aber trotzdem muss man, finde ich, schon über ihn sprechen. Denn eine Sache ist erstmal klar, Uwe Koschinat kann nichts für den aktuellen Kader. Und wenn man sich dann mal die letzten Spiele so anguckt, das Relegations-Hinspiel und auch das Spiel in Magdeburg, man hat halt auch dort nochmal gesehen, was Fabian Kloos eben auch gesagt hat. Es ist keine Mannschaft auf dem Platz. Es sind lauter Einzelakteure, die teilweise vielleicht einfach nochmal Bock hatten, eine zweite Liga für Bielefeld zu spielen, obwohl ihr Zenit schon längst erreicht war. Und deswegen muss ich hier schon sagen, muss man das ein bisschen differenzierter betrachten. Ich finde, Uwe Koschinat ist ein richtig guter Typ. Ich glaube, er kommt ja auch wirklich auch in Bielefeld gut an. Klar, einige Aussagen, vielleicht auch nach dem Hinspiel, haben bei manchen jetzt nicht ganz so für Zuspruch gesorgt. Aber muss man auch, finde ich, da auch wieder differenzierter betrachten. Er steht natürlich für einen offensiven Fußball, der jetzt im Relegationskampf nicht ganz so gut geklappt hat. Aber er hat vor allem auch gute Arbeit geleistet bei seinen vorherigen Stationen. Das waren eher kleine Vereine, wo er auch in Ruhe arbeiten konnte. Das ist schon so ein kleines Makel, was ich sagen muss, was dann schwierig ist für diesen Neuaufbau. Und natürlich hat er auch eine Hypothek durch den Abstieg. Er kann sicherlich nichts dafür, oder er kann natürlich schon was dafür, dass es nicht funktioniert hat. Aber es gibt sicherlich andere Verantwortliche bei Bielefeld, die nicht mehr da sind, die mehr dafür können. Aber trotzdem gibt es halt diese Hypothek. Er ist aber schon ein Kandidat, über den man hier auf jeden Fall diskutieren kann. Und wie ich ja schon zu Beginn gesagt habe, wollte ich hier auch mal ganz bewusst verschiedene Trainer ins Spiel bringen, weil wir ja eine komplett neue Mannschaft am Ende auch sehen. Und deswegen kann vielleicht auch ein junger Trainer interessant sein. Und das ist Bartosz Gaul. Möglicherweise für viele Bundesliga- oder auch Zweitliga-Fans ein Name, den man noch nicht ganz so kennt. Ich habe ihn seit einem Jahr auf meinem Zettel verfolgt, auch seitdem so ein bisschen seinen Weg. Denn er war vor einem Jahr auch mal geeinigt worden bei Schalke als neuer Trainer für die Bundesliga. Nachdem er bei Mainz 05 richtig tolle Arbeit geleistet hat. Dort war er nämlich Trainer der zweiten Mannschaft, hat dort auch richtig viele und gute junge Spieler entwickelt. In Mainz schwärmt man noch heute von ihm und dann wollte er eben auch den nächsten Schritt in seiner Trainerlaufbahn gehen. Ist im Sommer zu Gornik Sabre gewechselt, ist der Klub von Lukas Podolski. Und ja, hat dort nicht ganz so gut funktioniert. 28 Spiele saß er auf der Bank, er wurde dann Anfang März entlassen und seitdem ist es auch für Gornik deutlich besser gelaufen. Man hat kein 1 oder das erste Spiel hat man verloren, danach zwei Remis, den Rest sieben Spiele hat man gewinnen können. Und davor unter Gaul hatte man schon seine Probleme. Sprich, da können wir sagen, Polen war nicht erfolgreich, da hat es nicht funktioniert. Aber er hat halt in der Regionalliga gezeigt für Mainz, was er kann. Und dann eben der Schritt in Liga 3 ist natürlich jetzt nicht ganz so krass. Und deswegen glaube ich schon, dass das für ihn ein guter Schritt sein kann. Auch bei so einem Traditionsverein zu arbeiten. Hat auch bei Schalke 04 in der Jugend gearbeitet unter Norbert Elgert. Also weiß auch, wie es darauf ankommt, in solchen Vereinen vielleicht auch zu arbeiten, wo es auch ein bisschen mehr Unruhe gibt. Der kann auf jeden Fall junge Spieler ausbilden. Und auch das kann er jetzt ein wichtiger Faktor werden in Liga 3, dass man auch wieder vermehrt auf Eigengewächse setzt. Und da ist auf jeden Fall Bartosz Gaul einer, der das sehr gut kann. Kommen wir nun zu einem Trainer, der hier für mich auf gar keinen Fall fehlen darf. Und das ist Marco Antwerpen. Ja, über seine Persönlichkeit wird sehr viel diskutiert. Ja, bei manchen kommt er möglicherweise unsympathisch rüber. Aber wir haben hier einen Trainer, der gezeigt hat, dass er Dritte Liga kann. Der in Unna geboren ist, also auch gar nicht mal ganz so weit weg vom Bielefelder Raum von Ostwestfalen. Und schon in einigen Vereinen gearbeitet hat und einfach unglaublich viel Erfahrung mitbringt. Er hat Eintracht Braunschweig 2020 in die 2. Bundesliga geführt. Vor einem Jahr den 1. FC Kaiserslautern in die Relegation. Und vor allem ist er ein Trainer, ein Typ, bei dem es eine ganz, ganz klare Herangehensweise gibt. Da geht es nicht nach links oder nach rechts, da geht es nach vorne und zwar mit Volldampf. Und wer nicht mitzieht, der fliegt raus. Dumm ausgedrückt. Oder vielleicht deutlich ausgedrückt, besser gesagt. Also Marco Antwerpen ist wirklich einer. Da gibt es einen Weg und dafür wird alles getan. Und ich glaube, er kann als Typ Arminia Bielefeld unglaublich helfen. Er setzt wirklich den Erfolg über alles. Also alles andere ist wirklich wurscht. Es gibt dann keine Wohlfühloase mehr. Es wird hart gearbeitet für den Erfolg. Und vor allem auch in Kaiserslautern hat er das einfach gezeigt. Auch da war es ja so. Bei Lautern, man war so ein bisschen im Stillstand in Liga 3. Sogar eher in Richtung Liga 4. Und vor diesem Abstieg in die Regionalliga hat er Lautern damals bewahrt. Er hat eben diese Wohlfühloase so ein bisschen umgewandelt in positive Energie, in Leidenschaft für den Verein. Und wirklich dem Erfolg über alles gesetzt. Und er hat auch dort Lautern in einer gewissen Art und Weise wiederbelebt. Und genau das braucht ja auch Arminia Bielefeld. Arminia Bielefeld braucht einen Trainer, der vorangeht. Als Kämpfer, als Typ, der diesen Verein eben auch nach außen hin verkörpert. Das Feuer einfach auch zwischen Fans und Mannschaft wieder entfacht. Und ich glaube genau das kann Marco Antwerpen. Ja, er ist einer, der immer wieder auch als Typ aneckt. Der für Diskussionen sorgt. Aber ich bin überzeugt davon, dass er auf jeden Fall einer ist, der das Umfeld Arminia Bielefeld wieder zusammenführen kann. Der den Verein in Liga 3 stabilisieren kann. Und dann noch wieder Richtung 2. Liga blicken lassen kann. Alles darüber hinaus ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Wir reden ja jetzt über einen Neuanfang in Liga 3. Und ja, er kommt vielleicht bei manchen unsympathisch rüber. Ich persönlich mag aber solche Trainer lieber, die einfach ihre Linie haben und damit erfolgreich sind. Auch wenn vielleicht es manche nicht mögen. Und deswegen kann er, glaube ich, Arminia Bielefeld auf jeden Fall weiterhelfen. Kommen wir zum Fazit von 5 Trainer für Arminia Bielefeld. Es ist eine Mammutaufgabe. Ich glaube darüber müssen wir nicht diskutieren. Wenn man innerhalb von einem Jahr aus der Bundesliga absteigt und auch in der 2. Liga absteigt, dann ist unglaublich viel daneben gelaufen. Wir haben eine Mannschaft, die keine Mannschaft ist und die natürlich jetzt auch auseinander bricht. Und das ist natürlich eine Chance. Aber wenn du halt am Ende nur noch 4, 5 Spieler hast, dann ist es auch eine riesen Challenge, eine komplett neue Mannschaft aufzubauen. Genau dafür brauchst du einen passenden Trainer. Marco Entwerpen und Jens Hertel sind sicherlich die erfahrenen. Uwe Kuschina, der ja schon da ist. Bartosz Gaul, eine spannende junge Lösung. Und auch Carsten Rump, einer mit etwas weniger Erfahrung, aber dafür mit dem Bielefelder Herz. Es gibt verschiedene Optionen auf dem Markt. Und da gilt es natürlich einfach die richtige zu finden. Und zudem natürlich auch noch ein passender Sportdirektor. Es gibt viele Fragen rund um die Arminia. Alle Antworten konnte ich heute sicherlich noch nicht liefern, aber zumindest mal ein Bild abgeben, wie die Perspektive aussehen kann. Und ich bin sehr gespannt, wen ihr bei Bielefeld als Coach seht. Schreibt das mal gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball. Schreibt das mal gerne in die Kommentare.